Guck mal, als Belohnung kriegen wir eine Autohupe. Meine Verzeihung. Alles klar, wir machen erstmal jemand anderes. Das ist beides Offroad, ne? Naja, was soll's. Machen wir halt das. Autsch. Der Wagen ist kein... Der Wagen ist Kernschrott, wollte ich sagen. Aua, Autschen, Aua, Ahoi. Okay, das ist eine blöde Idee, die dünen, so langzufahren. So, erreiche im Rennen gegen zwei Avatare, sehr erfahren, den ersten Platz. Alles klar, die sind sehr erfahren. Trotzdem gilt es für unschlagbar, weil es so eingestellt ist. Das ist interessant. SUVs. Ah, okay. Von 100 bis 900 kann ich nehmen, was ich will. Habe ich es sowas überhaupt? Ja, Offroad. 6,5, 6,7... Ich probiere es mal mit denen hier. Gehen wir von Porsche nach Bentley. Von der einen Luxusmarke zur anderen Luxusmarke. Ich glaube, den bin ich im letzten Teil auch häufig gefahren. Wobei es da deutlich schönere SUVs gibt, muss man sagen. Naja, let's do it. Wobei es da ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das kann nicht sein Ich kann ja zurückspulen Boah, rutschen die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt wette ich, jetzt bleibe ich wieder instant stehen. Oh, das ging ganz gut. Kann man machen. Endlich mal kurze Renni, nicht so 5-Minuten-Schläuche. So, wo ist Forza Fan jetzt? Der Letzter, komisch. Na, vielleicht ist er auch irgendwo hängen geblieben. Denen ist das egal, welcher Fahrer wo ist. Gewinne-Quer-Veranstaltung in A-Klasse, in SUV, in irgendwas anderem. Du kriegst für alles in Herungenschaft. Ähm, Auszeichen. Ja, steht's zu Diensten. Fahre 1000 Meilen. 1000 Meilen! Wir haben einen Meilenstein erreicht. Zum wahrsten Sinne des Wortes. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, au, au. 1000 Meilen. 1600 Kilometer. Ja, 1660 Kilometer. Ja, ich bleib bei dem. Never change your running system, never change your running car. Wenn du mit dem einmal gewonnen hast, dann bleibst du dabei. Kann ja jetzt nicht so verkehrt sein. Das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, wofür diese SUVs ursprünglich konzipiert worden sind. Nicht für den Stadtverkehr durch die engsten Straßen für die Kinder zum Kinderjahr zu bringen. Höchst Gelände sind die gebaut. Liebe Freunde, liebe Eltern. Was willst du mit so einem Scheißding in der Stadt? Ich hab absolut nichts gegen SUVs, aber die haben einen anderen Zweck. Und nicht in der Innenstadt zu fahren. Zwei Parkplätze zu blockieren. Durch die engsten Straßen zu fahren. Baum. Hehehehe. Schöne. Zwei Parkplätze. Oh, 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 oh. Was gibt's denn? Ich komm nicht dran vorbei. Jetzt mit Windschatten. Oh. Nein, die Kurve ist enger als ich dachte. du alter ist das ein assi gewesen also ein assi k überholt mich und dann blockiert mich volle möhre so auf die drei gemogelt das kennen wir doch erster dritter kommt mir gerade bekannt vor die reihenfolge und schon wieder zwei bis muss ich beats 93 schlagen wieder zwei punkte das ist doch gescriptet let's go wo es beats da bleibt einer stehen aber wobei ich nehme die an sich die ist ganz gut dafür ja die strecke die kennen wir doch da können wir jetzt richtig alter tausend meter platz und ich knall in die deppen rein dann vorbeigefahren jetzt dran vorbeigefahren der wagen zieht so nach links hier warum auch immer ich lenke voll nach rechts jetzt geht's jetzt ist auf 1 schon wieder das ist gescriptet das ist genau dieselbe ausgangsposition wie in einem anderen event wollen mich doch hier verarschen und das war gut hinsprung habe ich besser abgefährt als sie beiden ich komme da nicht dran jetzt 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 langsam bessere ideallinie hier finden eine bessere ideallinie finden was mache ich gebe vollgas und war viel zu kein kommentar genau so meine ich das scheiße gibt's nicht gut das hat nicht funktioniert war mir eigentlich klar aber der kommt nicht aus dem quark der scheiß wagen das schaffe ich nicht das ist durch das ding alter freut mich der bleibt schon wieder stehen freut mich ich habe es nicht zu tun das ist Hey! Hey! Oma, ab da! Ich komm an den nicht ran! Das gibt's doch nicht! Ich komm an den nicht ran! 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 Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Ich drück mal auf fortfahren, mal sehen, was passiert, ich bin zweiter geworden! Ja schön, herzlichen Glückwunsch! Wenn ich jetzt hier alle drei nochmal von vorne mache, schweiß ich den Bildschirm aus dem Fenster! Interessiert mich nicht! Vielleicht muss man ja auch nur unter die ersten drei kommen! Ich muss alles nochmal von vorne machen! Pickups sind 4x4700, sowas müsste ich doch haben! Jaaa, nicht zeigen! Ah, ich hab richtig viele Autos! Okay, ich glaube, der Bronco ist dann auch der Beste! Mit so vielen Autos gibt es schon ein bisschen wenig! In der Klasse! Jaaa! Ach ja! Das sind pläkatorisch Paparanzibül! Ich schweige die Lichter! Wie ist denn der so gut gelandet? 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 anderes Auto geholt. X5M. Die Driver-Tare haben damit gewonnen. Also, ich auch. Hoffe ich. Hey. Tja. Wie kann ich nicht? Moment. Ah, das ist die falsche Meisterschaft. Die habe ich ja schon. Ja, der Bronco, den habe ich. Ach man, jetzt. Ah, diese Menüführung ist grottig. Äh, Moment, ich habe mir das jetzt verpasst. Das da oben muss ich machen. Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch das. Pickups und Allrad. Ist das das jetzt oder ist das Warte mal, die hier habe ich verloren. Genau, die habe ich verloren. Das weiß ich nicht mehr. Aber die mit dem Bronco, die habe ich doch gewonnen. Warum wird die nicht gezählt? Was soll denn bis denn jetzt schon wieder? Will der Spiel mich jetzt hier komplett verarschen, oder was? Ich meine, habe ich Beide verloren? Nein, ich habe doch eine gewonnen gegen, äh, Wen war das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Eine habe ich gewonnen. Da ging es um zwei Punkte. Forza-Fan war das, meine ich. Und dann, äh, in der zweiten gegen Beats, irgendwas. Da habe ich dann, da habe ich es dann einfach nicht geschafft. Da habe ich gesagt, nee, Da brauche ich ein anderes Auto für. Irgendwie sowas war das. Also für euch war das jetzt gerade erst. Für mich liegt das jetzt schon wieder einen Tag zwischen. Falls ihr euch wundert, warum ich das jetzt nicht mehr weiß, obwohl das gerade erst passiert ist. Näh, da liegt, da liegt mindestens mal einen Tag zwischen. Also für euch war das jetzt schon. Ich glaube, der X5M hat sich gelohnt. Der ist auf jeden Fall nicht so schwerfertig wie der andere. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der Bentley. Bei dem muss es er ja eine Minute früher einlenken, damit er mit da passt. Und mit dem läuft er gerade mal ganz geschmeidig. Ich weiß nicht, wie ich es okay das war einfach aber nur zwei sekunden vorsprung das sah irgendwie mehr aus es sind übrigens alles leute aus meiner freundesliste und man sieht dass nur fünf davon forza gespielt haben zumindest forza ryzen 5 ich bin mir ziemlich sicher ich bin mir absolut sicher dass alle von denen mindestens ein forza gespielt haben egal ob ryzen oder motorsport hätte ich nie in der freundesliste weil die xbox habe ich hauptsächlich dazu genutzt forza zu spielen also von spielen wo es auch um multiplayer in 10 tigre inter links geht es heißt uns zählt nicht hat kein multiplayer gott sei dank 18.000 kredite und ich begebe mich die ganze fixe zur nächsten veranstaltung auf diesen scheiße berg da oben und die stelle reise ist wieder günstiger geworden oh 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 einmal baden gehen bitte aua oh das ist das ist nein das funktioniert nicht Musik Musik Boah, wenn der Weg zum Rennen länger dauert als das Rennen selber. Ich verstehe sowieso nicht, warum es auf dem Vulkan keinen Schnellreisepunkt gibt. In Außenposten oder irgendwann in der Richtung. Immer da hochfahren, ist irgendwie nervig. Ach ja, das war das. Das war das. Ich seh nix, Sonne blendet. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Oh nein, jetzt habe ich ihn verrissen. Das bringt nix. Untertitelung. BR 2018 Oh, da sind sie, da sind sie. Bin ich wohl dort ein bisschen zu... Sehr gefahren, als ob... Easy mit dem Auto. Ja, das war knapp. Ein bisschen zu leicht fertig gefahren. Aber hey, gewonnen ist gewonnen. Sind zehn Punkte Vorsprung. Ja, komm. Likey, likey. Ja, das war knapp. So, die letzte. Und dann die andere nochmal wiederholen, warum auch immer. Aber das mach ich eben so. Das wirst du ja nicht nochmal ertragen. Ist ja Quatsch. Das hab ich schon gewonnen. Ich fahr das selber Auto, dieselben Strecken. Das macht keinen Sinn. Das sind ja Quatsch. Das sind ja Quatsch. Es war da. Aber wie locker floggi das doch geht, ne? Okay, die sind nur sehr erfahren. Die sind ja nicht ultimativ, äh, falsches Spiel. Unschlagbar. Aber trotzdem. Oh. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Geto! 60 Punkte, volle Punktzahl. Beim Bowlen würde man jetzt Strike sagen. Und ich kriege den X6M. Ich musste mir quasi den X5M kaufen, weil ich den X6M geschenk kriege. Quasi. So, das hätten wir auch geschafft. Jetzt wollte ich mal eben was nachgucken. Mir ist ja nämlich gerade was eingefallen. Dazu gehen wir auf... Ja, dazu gehen wir auf die Karte. Tun alles ausblenden, außer Häuser. Häuser, 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 Häuser. Wo sind die Häuser? Da sind die Häuser. So, welche Häuser haben wir denn noch nicht? Das ist jetzt das Wichtige. Täglicher Wheelspin. Okay. So, jetzt haben wir hier. Ähm. Das bringt gar keinen Vorteil. Kann man aber trotzdem kaufen. Schnellreise. Reise sofort zu jeder beliebigen Straße auf der Karte. Das hole ich mir. Mir ist nämlich eingefallen, wie das ging. Das hatte man, diesen Vorteil hatte man freigeschaltet durch ein Haus. Das war ab dem letzten Teil. Also ich meine, im dritten Teil war es noch anders. Da ging das schon immer. Im vierten Teil musstest du dann das Haus kaufen für diesen Vorteil. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Wenn wir uns das kaufen, haben wir kein Geld mehr. Das ist mir egal. Das mache ich jetzt, weil das ist echt nervig. Die ganze Zeit hier nur... Am Anfang macht das ja noch Spaß, die ganzen Strecken zu fahren, weil man die Straßen erkunden kann, etc. Aber wenn man immer dieselben Strecken fahrt, ist irgendwann... Ist so... Da gibt es keine Schnellreisepunkte in der Ecke. Da nehme ich das Festival. Dann hole ich mir das Haus eben. Dann fahre ich die eigene Meisterschaft nochmal eben durch. Und dann haben wir nicht mehr viel. Und warum hat der mir jetzt... Warum hat der mir jetzt die Route weggemacht? Was soll der Mist? Ich würde gerne in der Küste lang... Ah, danke schön. Buenas Vistas. Mainz. Zwei Millionen? Haben wir doch. Pool, Blick auf den Strand, viele Zimmer. Lindo. Und die Garage ist auch groß. Ich habe nachgeschaut. Ja, da passen aber nicht alle meine Autos rein. Davon gehe ich aus. Felicidades! Entspannen wir uns jetzt am Strand oder fahren wir wieder los? Wir fahren wieder los. Wie jetzt kannst du den Motor im Wohnzimmer auseinandernehmen? Hier, die Schlüssel. Ist der lustig? Mach einfach. Ach ja. Zwei BMWs haben wir gekriegt. Richtig. Da war was. So. Und jetzt kann man schnell Reise überall hin machen. Jetzt wird es allerdings dann für allerhöchste Zeit, dass ich... Was machen sie da? Dass ich... Okay, ich habe drei Autos fotografiert, obwohl ich nur einen sehe. Jetzt sehe ich zwei. Dass ich die Schnellreisetafeln alle hole, sonst wird es langsam dann teuer irgendwann. Aber gut. Das eine hier, die... Den Fortsatz von... Der ist jetzt erst mal... Der hat Vorrang, das wollte ich sagen, meine Güte. Wir behören. Danke.